Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, herzlich willkommen zum ersten Steirer Genussfest. Stadt und Land, Hand in Hand, so lautet das Motto. Der Tisch ist reichlich gedeckt, man braucht nur Platz zu nehmen auf diesem wunderschönen Stadtplatz. Das Wetter spielt mit, die Produkte der Region laden ein zum Verweilen und zum Genießen. Einen schönen Tag, alles Gute! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020